ja wir schauen uns jetzt mal an wie wir individuelle profile individuelle profil querschnitte in den part assistant mit reinnehmen können und entsprechend hinterher als profil aus der bibliothek einfügen wir erstellen uns ganz klar sich mit modeling eine arbeitsebene und skizzieren da erst mal unseren gewünschten querschnitt drauf also wir fügen noch ein paar rundungen hinzu das sind einmal die rundung von 1 mm an diesen vier ecken hier machen wir eine rundung von 4,5 hin und hier unten machen wir eine rundung von 9 jetzt erstellen wir uns noch die hilfslinien einmal in der mitte und am ende sowohl senkrecht als auch waagerecht an den schnittpunkten tun wir ein paar punkte platzieren die sind hinterher dafür da um unser profil in der achse auszurichten dann können wir auch schon in den part assistant reinspringen wo wir jetzt ein sonder profil definieren ich packe das einfach mal in meine profile mit rein und vergib ihm dann eine individuelle id die kontur arbeitsebene welt einfach aus und jetzt kann ich ihnen noch eine bezeichnung geben und ein standard material vergeben ich sag einfach einbinden und es ist hier im katalog mit drin die arbeitsebene lösche ich mal raus und erstelle uns eine neue auf dieser arbeitsebene werden wir jetzt dieses profil einmal platzieren wir können hier unter art unser profil auswählen und hier sehen wir schon wieder die kategorie also die reihe profil wo ich es eben eingebunden habe und da ist direkt schon mein profil auswählen und hier sehen wir schon wieder die kategorie startpunkt ist dieser hier und von da gehen wir jetzt einfach mal mit 200 mm entsprechend ab bei der achse ist es so wenn wir das anklicken können wir wie bei den anderen profilen auch einfach den punkt anklicken und das ist dann in dem fall unser startpunkt den wir eben hatten einmal erstellen und wir haben es ganz normal drin wie normal die träger oder sonstige auch